Und mir hat dann die Dame aus dem Neukloster erzählt, das sind die Notizen von Walter Walter, er hat ein ungewöhnliches Hobby, er schreibt Chronogramme. Und das sind die Notizen für das Chronogramm, das auf dem Haus geschrieben wird. Und das sind die Notizen für das Chronogramm, das sind die Notizen für das Chronogramm.